Nimmst du zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Jetzt suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein. 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 Fägelein.